Also auch die Huhn tauchen dann wieder auf, von der Symbologie verstärkt. Erst macht man sie kaputt, dann reicht man nach Haare für Zeichen wie Mandarinenzeichen, die gesammelt werden und umgekehrt kommen unbedingt von den Mandarinenzeichen doch wieder die Hunden in die Sichtweise. Zum Beispiel Mahn, Mahnen. Unbedingt von, das wäre Tang, Yang, Jing. Dann wäre Mahn Erz. Und Can schreibt man genauso wie Mahn, nur mit Hach darüber. Garantiert wäre dann Mahn, Can, wäre nicht so, nicht so. Du, man, Mahn, Can, wäre so original. Du, Petru. Dao, Leitung, Anleitung. Dao. Ehe. Veranleitung von Ehe ist die Gefahr von Knaudi. 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 Ach, Sran Naudi. Damit es nicht gleich brennt. Weil, hier über ein Feuer und da im Feuer. Das sind so Feinheiten. So ein berühmtes Sprichwort auf Mandarinen ist Sun Yau Tati Ta Shuan heißt hier. Je feiner desto größer. Was das Gegenteil ist von Hu Yau Ta Huan. Wenn wir von Zauberei sprechen, sprechen wir eigentlich von klein und groß und es bleibt albern. Sowieso Weltentführungssache in Sun Yau Ta.